Hier an der Ostsee, da wirst du gar nicht gefragt, ob du Fisch magst. Hier wächst du mit Fischbrötchen auf. Ich weiß noch genau, wie es bei mir war. Bin mit meinem Vater und meinem Großvater rausgefahren, da war ich noch ein kleiner Steppke. Kaum über die Reling gesehen habe ich. Wir haben die Netze ins Wasser gelassen und irgendwann hat es geklappt. Das war ein Gefühl. Die Kira, die war natürlich auch dabei. Wir kennen uns schon echt lange, aber damit meine ich bestimmt nicht meine Frau. Nee, das ist unser Kutter. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen. Das müsste mittlerweile die fünfte Generation sein. Und immer noch fahren wir Tag für Tag raus auf die Ostsee. Bei Wind und bei Wetter. Das ist ja nicht jeden Tag so schön wie heute. Wenn die Möwen über mir kreischen, die Wellen an den Bug schlagen, dann bin ich einfach eins mit dem Meer. Und wenn wir mit unserem Tank zurück in den Hafen fahren und die Leute vor unserer Bude warten, dann merke ich, wie wichtig die Fischbrötchen aus der Region sind. Und ich bin einfach nur stolz. Jedes Mal klauen sie mir die Dinger direkt aus der Auslage. Welches ich am liebsten mag? Das Original natürlich. Nirgends schmeckt das Fischbrötchen so gut wie hier an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Gourdes filون usw. So. J captured das Fischbrötchen.